rüber und über ich verfolgt die fliegt so ich habe mich leicht ablenken Entschuldigung ich muss das Eisen wieder einsortieren sonst kech angemault ist Huuu ähm äh Glas brauche ich nicht mach mal das mal was machst du denn jetzt die Wand schickt mir Zeichen warte mal das kann ich glaube ich nur mit dem Handy schicken du hast sogar den Sound von deinem iPhone hat man sogar gehört he na komm du Sau los ich glaube ich wäre ein Huhn ich hätte nicht viel zu tun lege den Tag ein Ei am Samstag auch mal zwei oder drei vor meines Samstags keine Ahnung der war grad schon das muss man schnell wo Bäume abbauen sooo schön abbauen mitten in der Nacht Bäume abholzen oder was ich will doch hier noch das Häuschen weiter bauen dann sehen wir mal das hinkriegen schön dunkel dass man auch ja nichts sieht oh ich kann meine nicht zustellen das ist doch gemein wo jetzt lasse Sache warum geht denn das nö so deine Nachricht konnte nicht zugestellt toll sechs mich am Arsch da ich bin noch einmal für sich die Rechte sterben noch haben was in Deutschland die zwei Zwiegen die Zwieze droppen echt nichts gutes Monster abschlachten Monster abschlachten So, lass mir hier noch ein kleiner bisschen. Ja, verzieh dich. Hätt's da gerade noch mal gezischt. Gezischt. So, als da ein Creeper wäre. Ja, als da ein Creeper wäre. Na, da muss man aber vorsichtig sein. Bin ich doch. Nicht, dass da ein Creeper ist. Daher besteht der noch. Sonst bist du wieder platt. Ja, komm, beschieß mich. Das heißt, bescheiß mich. Jawohl. Was ist das? Keine Ahnung, wie sieht's denn aus? Guck mal, mir kommt schreckliche Höhlenmusik. Hä? Das hab ich jetzt allerdings nicht gehört, ne? Wahrscheinlich bist du ein normaler Zombie. So, zur Info, wo haben wir denn die Eier dran, sag mal. Hinten. Aha. Hinten. Hm. So wie die Hühner. So ein Ei durchs Arschloch geschoben. Gett. Warte mal, was wolle ich jetzt holen? Siehste, meine Eier haben das gleich ganz verwurrt. Monster Sachen. Monster Sachen. Hier, Herzilein. Nein, hast du einen Pugen? Ich ja. Da, wischen wir mal einen basteln. Nein. Brauchst du da eh bloß einen Strick, ne? Nein. Die sind da? Ja, drei. Drei? Und dann? So wie ein Pugen hätte vorne aussehen. Ich brauche die Erfahrung, Jungs. So? Wie macht man einen Strick? Wie macht man das? Ne, so nicht. Wie sieht ein Pugen aus? Na, genau so. Ne. Na, wie denn da? Ne, das rund vorne. Weißt du? Ne. Oh, helfst du mir vielleicht mal? Nicht schräg. Na, rund vorne. Ne, wo ist denn bei dir vorne? An der Seite, wo der Stock ist. Das ist vorne? Oder das ist bei mir gerade? Ne, gerade ist der Strick bei mir. Bei mir ist der Strick. Ne, der Strick ist nicht rund beim Wagen. Da ist doch gespannt. Ja, auf was ist er denn gespannt? Aufs Ergebnis. Ne, der Strick ist nicht fett. Kannst mich mal im Ausschlecken. Mach ich. Später. Später, Schatzi. Hä? Und blendet sie nicht so hin. Ja, klar. Wenn man es gerade hinsetzen will, blendet es die Dinger nochmal hin. Aber wenn man es schräg hinsetzen will, da tut es... Ja, genau. Ich muss mir verraten, was du draußen machst. Ja, ich versuche hier das Haus zu bauen. Aber es funktioniert nicht. Weil es die Blöcke nicht so sätzt. Dann halt nicht. Das müsste irgendwie gehen. Das ist jetzt... Ja, das geht halt schießt mich auch noch. Ich glaube, du brauchst auch nochmal einen Schluck vom guten Prickel-Säck. Ja, explodier. Klasse. Soll ich mal ein bisschen Erde bringen? Ich hab mit. Hast du genug mit? Ja. Dass du das ganze Loch ausfüllen kannst. Ja, da hab ich immer genug mit. Ach, alter Angeber. Alter Angeber. Sei froh, dass mein Hund noch nie losgelassen wurde. Oh, gehst du mal rüber, Goli. Hallo, ich möchte gerne mal raus. Mann. Rede mit dem Goli. Och, scheiße, ich bin hier gerade aufs Bett. Sag, finde ich das ein Monster. Hinter mir? Du bist doch gar... Wann bist du denn gerade nach vorne geflogen? Bin ich vorne geflogen? Ja. Wo denn? Ich komme mal. Oh, bei deinem Bildschirm hab ich dich nach vorne fliegen gesehen. Sitz ich die drei Spinniester. Hallo. Pass auf. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ich bin hier. No, 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 no. So. Ich bin sind, da, tod. Wolltest du dich mal mit mir... Ach, hier ist ein Griper. Übrigens vor der Haustür ist ein Griper. Es wird sowieso gerade hell. Ich wäre ganz vorsichtig. An deiner Stelle. Warum? Nee, dass er dort explodiert, weil wir so schön alles gebaut haben. Ja, genau. Ich war weit genug entfernt. Das ist halt mal verfickten, die scheiß Gräber. Mann, ey. Ein verfickten Rotzgräber. Mistfiecher. Ja, komm her. Schwert geht besser auf den Anfänger. Entschuldigung. Ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Oh, Mann. Geht beschissen. Da kommt schon wieder Gräber. Komm her, den erledigt, ey. Schieß drauf. Du musst recht lange halten, Ast. Ach, das war auf der anderen Seite. Haha. Das hat ein bisschen andere Gräber hier noch eingesprängt. Ja, ich weiß schon. Klasse. Das waren meine Bäume, Mann. Hast du Erde mit? Kannst du das Loch zumachen? Nö, ich wollte ja vorhin das Erde mitbringen. Und du hast gesagt, ich habe genug. Vorhin hatte ich ja noch genug. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich gehe Wäsche holen. So ein Rotze. Mann. So. Mit dem Mistgräber. Mistgräber. Machen wir mal alles kaputt machen. Hä? Was ist denn jetzt los? Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Was denn? Na hier, wie das hier aussieht. Als ob hier eine Bombe eingeschlagen hätte. Ist das Holzverschwendung? Was? Nichts. Malst du ihn verkehrt rumgesetzt, ja. Ich meine, bei mir. Ich werde mit Baumstämme bauen. Ja, setz dich weg. Ich habe doch genug abgebaut. Der erste Steckbaumstämme ist verbaut. Klasse. Ja, Bauverkehr drum. Ich habe jetzt hier ein ganzes Steck Erde reingeschossen, ey. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei, vier, fünf. Es regnet. Es regnet. Vier, fünf. Genau. Zwei, zwei, drei, vier, fünf. Hat der Krippi sonst noch irgendwo was kaputt gerissen? Ich glaube nicht. Oh, hier den Riesenbaum wollte ich ja eigentlich stehen lassen. Och, äh, Monsterbaum, ey. Klasse. So, guck, ich stelle mich jetzt unterm Baum, da wäre ich nie nass. Ha, 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 ha. Ich wäre nie nass, im Gegensatz zu dir. Das passt wohl noch nicht. Das passt wohl noch nicht. Das passt immer noch nicht. Ah, ein Apfel, lecker. Ja, genau. Vor uns würde ich es immer andersrum machen, weil sie da. Tja. Oh, sie hat leines Schweinsgehege gebaut. Deshalb ist sie noch da von unserem letzten Stall. Wir müssten vielleicht doch mal auf die Suche gehen nach Mürschen. Wollen wir das mal zusammen machen, unsere Bette mitnehmen?